Neue Runde Dota 2 Wir haben offlane Windranger, wir haben in der Mitte Shadowfiend Viper unten Vielleicht können wir ein bisschen was bestrafen Ein Stun wäre natürlich ganz gut gegen Platzsieker Okay, das war der Viper Pick Oder irgendwas mit viel HP Puh, wie gehen wir denn damit um jetzt? Das wäre eine Möglichkeit Schade, ich hätte ganz gerne nicht den Nature's Prophet Sondern ich hätte ein bisschen stärkere Lanes Und da haben wir auch noch einen Slug Das wird ein Horrorspiel als Support Man wird völlig überrannt Oh Mann Einen meiner neuen Favoriten vielleicht spielen Vielleicht den Dazzle, den ich in letzter Zeit so gerne mag Vielleicht den Bane Probierst du mit nem Bane? Puh, 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 puh Wir probieren es mal Aber das wird ein sehr unspaßiges Spiel als Support Ich kauf mal einen Muss mal ein bisschen schauen, wie wir zurechtkommen Ein Soul Ring wäre natürlich nicht verkehrt Den werden wir auf der Offlane entgegen uns haben Auch noch nicht ganz klar zu sagen Fangen wir so an Manna ist ja auch gleich Leben Bei Bane Dank Brainsap Das ist aber echt ein unschönes Spiel für einen Support Ich sag's euch Da rennt der Zeus rum Na, wo er den schon platziert hat Möglicherweise Schauen wir mal, dass Viper das aufsammelt Sollte aber kein Problem sein Kriegen sogar beide Runen Das ist doch mal was So, mal schauen Na, wenn die Wave bis in unsere Richtung pusht Ein Nightmare Und dann sollten wir ihn eigentlich haben So Soll mal ein bisschen Last Hitten So So, können wir zunächst nicht dispellen Okay Ja, so ein Offlane Zeus Ja So kriegt er wenigstens erstmal Verpasst er wieder ein bisschen was Die Lane pusht jetzt auch Sehr schön Die Runen haben wir auch So, für mich Gibt's dann als nächste Arbeit erstmal Das Upgrade So Vom Kurier 36 Sekunden Zeit haben wir noch So Wenn wir jetzt Mit Zeus Welches Level ist er? Drei Das passt doch einigermaßen Wir sind mal ein Hat durch die Boots first Müssen jetzt einmal erwischen So Der Deny Auch gepasst Sehr schön Jetzt müssen wir nach vorne gehen Dass der Zeus hier nicht Zu viel XP gerade bekommt Die hat eh schon ein bisschen zu viel bekommen Na, jetzt haben wir leider das Bisschen verloren Jetzt pusht die Lane gerade ein bisschen Vielleicht tue ich mir doch erst nochmal Boots Bevor ich das Upgrade mache Der ist ja gerade nicht auf dem Weg Ja, was ist denn denn Nur mal erwischen So, wo ist der Zeus? Wo gammelt der rum? Welches Level hat der Zeus inzwischen? Level 3 Ja, irgendwie schaffen wir es nicht ganz Ich weiß nicht genau Was Viper da macht leider Wir schaffen es nicht ganz Die Wave ein bisschen zurückzuziehen Müsste eigentlich Gut gehen Gut, wenn er jetzt da Automatisch angreift Dann eh nicht mehr Ja, und jetzt Mit einem Katapult mehr Auch nicht mehr Ja, schade Jetzt haben wir ein bisschen Vergeigt Wie es aussieht Ich skille mal in Fibel Wenn ich irgendwo Aushelfe Gut, Viper ist schön gefarmt Aber Trotzdem Hätten wir es ein bisschen besser Hinkriegen müssen Einmal ein Nightmare Ja, der Zeus Mit Boots First Ganz geschickt gespielt Jetzt mal versuchen Ein Last Hit mal mitzumachen Ich würde ganz gerne Einmal das Upgrade machen Vielleicht ein, zwei Last Hits Aha Aha So Wo ist der Zeus hin Ist die Frage Der Zeus ist Mist Müssen wir ein bisschen Aufpassen hier Da ist er Ich habe übrigens Gar nicht Hätte ich mal früher machen sollen Ich bin davon ausgegangen Dass er das Camp geblockt hat So wie er gespielt hat Und wie er mit den Observer Wards Vorhin rumgelaufen ist Aber hat er gar nicht gemacht Wäre natürlich geschickt gewesen Von mir da mal Das zu überprüfen Anstatt einfach davon auszugehen Dass da nichts ist Ups Okay, den haben sie da Hat er sich Schön reingelaufen Haben wir dank der Swords gesehen Viper kam dazu Von der anderen Seite Der Prophet Und dann hatten wir das Ah Fuck Die sind viel zu weit weggelaufen Haben wir überhaupt nicht drauf geachtet Sehr witzig Na, das Gute ist jetzt Der war eh weg Ich gebe Viper mal noch Einen Tango Okay Gar nicht versucht Zu Last Hitten So Und sollt den auch noch nehmen Da habe ich wenigstens Platz wieder Für zwei Ward So Sehr witzig. Da unten war er. Haben wir die Trients, hat der Prophet gut aufgepasst. Schade, dass Viper ein bisschen zu früh angegriffen hat. Schade. Da kam ich nicht mehr rechtzeitig. Jetzt kriege ich meine Wards hier oben hin. Alleine ist es ein bisschen gefährlich. Ich gehe gleich mal... Gerade Level 6 geworden. Okay, der Shackleshot hat man gar nicht gesessen. Schade. So. Als nächstes die Wards aufstellen. Immerhin den Slug bekommen. Oh, da haben sie jetzt ganz schön aufgeholt. Ja, ja, ist vorbei das Spiel. So ist es. So, jetzt die Wards. Dann gucke ich mal. Brauche schon noch ein bisschen... Kann ich mir sogar ganz leisten. Noch einen mehr. Dann stellen wir den Ward da mal auf. Ein, zwei Last Hits mal. Ist ja auch mal ganz nett. Der Kill auf dem Slug war eben ganz nett. So super, wenn wir sowas noch häufiger hinkriegen. So, ich gucke mal mit einem Smoke. Ob ich demnächst was machen kann. Muss ich mal ein bisschen mehr sehen. Bin da der... Der Prophet hat immerhin ganz gut aufgepasst. Das ist mal ganz nett. Ja, heul, heul, heul. Vielleicht hätten wir mal ein besseres Line-Up gebraucht. Kurier ist schon wieder unterwegs, leider. Nee, da rein. Blinken scheint mir keine gute Idee. Ich glaube mal hier in der Mitte dabei. Ich glaube, ich würde als nächstes dann Euls mal in Betracht ziehen. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so viel ergeben. Die werden in der Mitte recht vorsichtig sein jetzt. Go, go, go. Sehr schön. Nein, nicht so schön. Einfach rausgeflogen. Da wird es gewordet sein. Hol' ich mal gleich einen Sentry. Was für eine Heulesuse ist. Hätte er gleich mal... Wir versuchen sollen, wahrscheinlich rauszutspielen. Den Anfang des Kampfes nicht ganz gesehen. Erstmal mit meinem Sentry jetzt hier. Naja, so schnell bin ich dann leider nicht. Ach komm, scheiß Vision bei Nacht. So. Autsch. Na. Kam ich da ja nicht dazu, gerade wollte ich es aufstellen. Ja, Riesenspaß wieder als einziger Support gegen das Team, Bloodseeker, Slark. Die Heilige Räume ist wunderschön. Schade drum. Meine Herren, auch wenn der Nature's Prophet das ganz gut gemacht. Das ist gar nicht schlecht, aber gegen das Team, wie gesagt, ziehen wir ein bisschen alt aus. Viper, mit Hand of Midas, puh, brauchen wir ein bisschen die Fighting-Power jetzt. Und sie haben noch eine Shrek, auch super. Nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Sollte er erstmal wegkommen. Schade, dass ich extra ihn noch den Zeus, naja, vielleicht auch direkt ins Brainside machen sollen. Ich wollte, dass der eigentlich wegkommt. Ich finde es immer schon noch schade, dass man mit den Oils keine befreundeten Einheiten mehr oilen kann. Wir bräuchten Team Hero halt noch, bräuchten wir es, um die Chance zu haben, zurückzukommen. So was wie mein Enigma oder so, dass man halt dann einfach komplett die ausschaltet. So sehe ich eigentlich nicht, wie wir das noch schaffen. Ach, ein bisschen schade um solche Spiele. Ich gehe hier unten mal weg. Ja, 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 ja. Mach du mal. Hm, 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 hm. Bin immer noch nicht ganz sicher, wie wir das am besten rumdrehen. Alle kriegen volle Kanne auf die Nase. 1,5, 1,4. Brauchten halt den Prophet vielleicht als Split Pusher, ist unsere einzige Chance ein bisschen. Das ist schon sehr defensiv geworden jetzt. Wir haben auch mit Les Shrek so einen guten Korps noch, gegen den wir ziemlich alt aussehen. Sehr schön. Hm, der Prophet spielt das mit am besten. So ein bisschen beobachten, immer Platz hier in der Mitte. Slug, dass so ein bisschen die beiden... Hm, beide bräuchten halt mal einen Gem später. Autsch. Sehr schön. Nein, hä? Warum ging mir der Nightmare nicht raus? Naja, das... Da war... Fing's mal zumindest gut an. Was haben wir geschafft? Platz hier jetzt nicht zurückgekommen. Wir haben Platzieker und haben wir auch den Slug mal gar nicht erst gekriegt, oder? Überleg jetzt grad nochmal. Ich versuche mal mit einem Oils, was einigermaßen günstig ist, gibt mir Movement Speed. Na, schade, es hat nicht gesessen. Warum sind denn alle weg? Wir waren doch eben noch... ...zusammen da. Also, na gut, sind wir natürlich oben unten hingegangen. War auch nicht schlecht. Wir haben den Platzieker gekillt, aber... Das habe ich halt in dem Augenblick nicht gesehen, weil ich so... ...beschäftigt damit war. Sie können natürlich meinen Dings relativ leicht unterbrechen. Fuck it! Ich fand, das war eine gute Gelegenheit, aber... Na gut, sie haben irgendwie den Platzieker gekillt. Wird schon richtig gewesen sein. Scheiße. Den Prophet erwischt. Er hat's versucht. Ja, von dem Prophet halte ich mich am wenigsten, auch wenn unsere Lanes dafür ganz schön schwach sind. Den Smoke konnte ich jetzt auch noch nicht einsetzen, weil wir eigentlich immer die sind, die ja... ...engaged werden. Ich brauche so viel Geld für den Oils allerdings. Na gut, jetzt spare ich mir die Sentries-Card. Die Hand of Midas kommt uns auch ganz schön teuer zu stehen. Wenn wir keine Vision haben. Braucht halt Nature's Prophet. Na, der Prophet hat den Gem. ... ... ... ... ... ... ... So, wenn wir hier die Warden So, braucht ein bisschen Geld zwischendurch Muss man ein Oils Kann man immerhin einen aus dem Kampf nehmen immer schon Das wäre halt super Wenn sie da so angerannt kommen Vielleicht Winter Wyvern Und jetzt halten sie sich ein bisschen zurück Sehr schön Sehr schön Zwei schöne Kills Der Shackle Shot war schön von der Windranger Und der Platzsieger wurde irgendwo Gekillt So, mit dem Windranger einfach mal Können sie mit supporten Ich kann damit eh nicht viel machen So, dann kaufe ich danach mal wieder neue Wards Bin ich ein bisschen Obst ich wieder mobiler bin So Den blöden Smoke noch Den wir nicht so richtig einsetzen konnten Weil wir die ganze Zeit so hundertlich sensibel sind Könnten uns mal hier jetzt für den Smoke treffen Können wir nicht so richtig einsetzen Sollte dann schon zusammen gehen Na gut, den kriegt man Immerhin den Zeus bekommen Immerhin Ich gehe jetzt mal nicht raus Warden Solange ich nicht weiß Wo der Rest von denen abhängt Nun Das wird Angeles Loin Of нибудь Und Oh Da Da Ich gehe jetzt Ich gehe jetzt Ich weiß L K W Ja Sehr defensiv. Einen Tower haben wir da und von ihnen. Na, wollte hier kein Ulti-Channel an der Stelle. War ein bisschen zu risikoreich. War ein bisschen zu spüren. Schade, der hat sein Ulti am Anfang da durchgekriegt, der hätte es durchaus auswerten können. Ich muss mit dem Ulti doch vorsichtiger sein. Kill den, kill den Shrek, Windranger! Kill den, kill den, kill den, kill den, kill den. So, haben den Gem wieder geholt. Puh. Okay, okay, okay. Was machen wir denn jetzt? Das ist ein etwas schwieriges Spiel. Glimmer Cape, Ghost Scepter. Ich probiere es mit dem Glimmer Cape. Na, viel fehlt da gar nicht mehr. Okay. Autsch, Lauf, Shadow Fiend. Scheiße. Der braucht ein BKB. Ja, ist auf dem Weg. So, noch einen neuen Ward. So, da habe ich meinen Glimmer Cape. Fuck it! Ah, ich hasse das. Ich habe es unterbrochen aus Versehen. Das ist immer, ah, wenn man es channelt und dann abbricht und dann macht er es doch noch. Ja, da habe ich mich vertan. Ich habe gedacht, ich wäre nicht mehr in Reichweite. So, entfibel. So, erstmal heilen kurz. Wieder raus. So, haben wir den Bloodsieker bekommen. Halten uns hier mühsam im Spiel. Aber das war, das war schlimm von mir, dass ich den Fiends Crypt da auszuseen abgebrochen habe. Ich habe den halt gestartet und als er auf dem Weg war, dachte ich so, nee, die Position ist doch nicht so gut. und dann ging er doch noch durch. Das ist schlimm. Nein, komm, 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 komm. Der Shadow Fiend braucht BKB. Wie weit ist er dran? Dann sollte man die Sachen kaufen, bevor er immer... ist er. So. Sehr schön. So. Dann fickt der Spieker. Er hat etwas gekauft davon. Sehr gut. Oder hat er sich zurückgekauft? Hoffentlich nicht. Okay, bisschen über. Da kann man nicht mehr viel machen. Okay. Dann fuhlt er die leider noch auf cooldown. da ist gerade jemand hingelaufen sollten den kurier mal zurückholen leider farmen sie auf der ganzen map und wir farmen nirgendwo hätte sie direkt daneben blinken sollen alle im town portal ja so ich warte mit meinem ulti diesmal ein bisschen länger vielleicht irgendwie ein bkb slag oder so ein scheiß dann nicht mehr bkw ja sehr schön nein auf den wollte ich überhaupt nicht erst mal heilen ich verstehe es nicht der ganze zeit immer wieder geld jetzt haben wir eine lane verloren das ist schlecht eben hätte ich mal die wind ranger glimmern können das stimmt da ich ein bisschen dann denkt man andere sachen ich habe auch meine chance gerade für ein ulti und da hätte ich sonst ein bisschen helfen können schade haben sie den profit bekommen ob es ein bkb das wert ist dass ich nicht so leicht unterbrochen werden kann ich habe das glimmer cape ein hex wäre auch noch super ein eulen einen hexen dann komme ich ja ganz durcheinander wenn ich noch das glimmer cape dabei habe ich glaube das able sind die einzigen sachen mit denen wir hier weiterkommen lassen wir noch ein paar wards kaufen naja das problem ist wir können nichts dagegen machen was wie ein spiel jetzt stellen wir uns als team einigermaßen okay an wäre cool wenn wir nicht am anfang so super hart verloren hätten dann wäre das einigermaßen okay der profit spielt ganz vernünftig naja sie haben halt ein krasses snowball team und krasse mit game heroes also halt mit mit platz sieker und slag die blatt right of cooldown immerhin ich habe gedacht dass er ein ulti macht nein hier kein mana mehr das war aber ein raus hier au der ist dann der ist dann bisschen body blocken naja naja raus hier naja naja komm Bad news for Ancient right now. No, no, no. Two-legged freak. Your Ancient is under siege. Your Ancient is under siege. Ja, da wurden wir einfach ziemlich überrollt. Ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, du warst ein Winner in meinem Herzen, egal was das Ergebnis der Bekämpfung ist. Ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, du warst ein Winner in meinem Herzen.